Sennheiser, Bose und Microsoft. Sie alle haben eigentlich gute, aber auch manchmal sehr hochpreisige Kopfhörer. Welche Kopfhörer aber ein besonders rundes Soundpaket haben, das klären wir in diesem Video anhand von Daten aus einem Soundlabor. Viel Spaß! Hallo Techies da draußen und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem doch sehr interessanten Thema meiner Meinung nach. Wir schauen uns heute nämlich, wie gesagt, vier bekannte Kopfhörer an, die ihr alle kennt oder auch schon in meinen Videos gesehen habt. Bei diesen Kopfhörern gucken wir uns heute nämlich das Wichtigste an Kopfhörern an, nämlich ihren Sound. Und dazu habe ich alle Kopfhörer in ein Soundlabor gegeben. Ja, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Nein, Spaß. Ich habe einfach nur Connections zu solchen Leuten und habe die eben gebeten, mir diese Kopfhörer mal zu testen. Und diese Ergebnisse gucken wir uns heute an, anhand von Graphen. Ich erkläre euch so ein bisschen was zu dem Soundprofil der einzelnen Kopfhörer, also wo ihre Stärken und Schwächen liegen, in welchen Bereichen, ob sie besonders gut die Höhen darstellen können oder vielleicht auch die Tiefen. Und ihr könnt dann eben entscheiden, welche Kopfhörer für euch so das Gesamtpaket sind. Ich habe nämlich Kopfhörer aus allen verschiedenen Preisklassen dabei. Mit dabei sind einmal, beziehungsweise zweimal, Kopfhörer von Sennheiser dabei. Im unteren Preissegment haben wir den Sennheiser HD450BTNC. Im oberen Preissegment haben wir dann den Momentum Wireless 3. Den habt ihr vielleicht auch schon mal im Review gesehen. Falls dem nicht so ist, dann könnt ihr das Review hier oben im i nochmal nachschauen. Die günstigen Sennheiser Kopfhörer habe ich auch schon in meinem Review zu den Surface Headphones vorgestellt. Und die sind heute auch mit dabei. Und dann haben wir natürlich noch die allseits beliebten Bose Quiet Comfort 35 2 am Start. Die werden ja immer überall eigentlich empfohlen als die Kopfhörer. Ich habe die Kopfhörer jetzt hier unten mal nach den verschiedenen Preisen angeordnet. Das sind nicht die Preise der Hersteller, sondern mehr so für welches Geld man sie gerade bekommt. Also ist das immer so eine ungefähre Angabe. Ja, und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los, oder? Wir fangen für dieses Video mal mit den Grundlagen an. Denn im Soundlabor wurde ja der Frequenzgang gemessen. Das heißt also, die Fähigkeit der Kopfhörer, alle Frequenzen gleichmäßig wiederzugeben. Da kommt dann solch ein Graf raus, wie ihr ihn hier seht. Und auf der linken Seite haben wir die Bassdarstellung. Und auf der rechten Seite die Höhen. In der Mitte eben die Mitten. Hat die Linie also links in der Bassregion einen besonders starken Ausschlag, dann sind die Kopfhörer natürlich bassstärker. Andersrum ist es natürlich im Höhenbereich genauso. Hat man da einen großen Ausschlag, dann klingen die Kopfhörer einfach heller. Ein natürlich klingender Kopfhörer hat also einen Frequenzgang, der so stetig nach unten geht und dann hin zu den Höhen eben leicht abfällt. Wie ihr hier seht, hat die Linie aber immer mal wieder Spitzen und Täler. Das ist aber total normal. Ein Frequenzgang ist also keine Linie, die einfach gerade nach unten abfällt. Sie hat halt immer auch mal wieder Höhen und Tiefen. Einige kleine Einbrüche in den Höhen können tatsächlich auch wünschenswert sein, weil es einfach mehr Details reinbringt. Das, was ich euch gerade erzählt habe, sind wirklich nur die Basics. Falls ihr euch dazu näher informieren wollt, dann checkt mal den Link in der Infobox ab. Jetzt starten wir auch schon mit den ersten Kopfhörern und arbeiten uns einfach mal ganz logisch von den günstigsten zu den teuren hoch. Somit ist also der Sennheiser HD450 BTNC unser erster Kandidat. Die Kopfhörer kommen im typischen Schwarz-Silber-Design daher. Das sieht man ja öfter bei Sennheiser. Sie sind gut gebaut, stabil und an allen Gliedern faltbar. Die Ohrmuscheln sind für meinen Geschmack etwas zu klein, aber vielleicht habe ich auch einfach zu große Ohren, wer weiß. Das Bedienkonzept konzentriert sich auf die rechte Ohrmusche und ist relativ einfach gehalten. Schaltet man also das Noise-Canceling über die zweifach belegte Lautstärketaste ein, gibt es leider kein auditives Feedback. So weiß man halt irgendwie nie so richtig, woran man gerade ist. Das könnte man auf jeden Fall besser lösen. Allerdings funktioniert die Geräuschunterdrückung zuverlässig, auch wenn andere Kandidaten in dem Bereich stärker sind. Die Kopfhörer sind aptX-zertifiziert, unterstützen NFC und haben eine Akkulaufzeit von ungefähr 22 Stunden. Schaut man sich nun den Graphen des Frequenzganges hier an, sieht man, dass die Kopfhörer insgesamt eine schöne, abfeine Linie haben. Der Bass ist schön tief und konstant, der Mitteltonbereich ist allerdings etwas unterrepräsentiert, die Höhen sind gleichmäßig, verlieren aber ein bisschen an Details. Wir werden gleich sehen, wie eine Kurve von wirklich gut klingenden Kopfhörern aussieht und wo Details dann besser herausgearbeitet wurden. Insgesamt eignen sich die Kopfhörer für fast alle Genre, aber besonders für basslastige Songs. Der nächste Kandidat auf unserer Liste ist der Bose QuietComfort 35 II und dieser Kopfhörer hat ein dezentes Design, ohne viel Schnickschnack. Er ist ebenfalls in allen Gliedern faltbar, sehr biegsam, aber trotzdem stabil. Das Leder ist sehr weich und sie sind wirklich unfassbar komfortabel zu tragen. Im Vergleich zu der ersten Generation haben die Kopfhörer nun eine spezielle Taste, um zwischen den Modi der Geräuschunterdrückung zu wechseln und um den Sprachassistenten zu aktivieren. Die QuietComfort sind großartige Kopfhörer für Pendler und Reisende, weil die Geräuschunterdrückung so stark ist. Sie sind aber leider nicht AptX-zertifiziert, unterstützen jedoch NFC und haben eine Akkulaufzeit von etwas mehr als 20 Stunden. Vielleicht habt ihr schon mal den Spruch No Highs, No Lows, Must Be Bose gehört. Der trifft bei den QuietComfort II nicht zu, denn wie man an der Kurve sieht, ist der Tieftonbereich sehr stark erhöht. Das könnte vielen vielleicht nicht gefallen, weil die Kopfhörer eben besonders basslastig sind. Auch die Mitten und die ganz hohen Töne sind etwas unterrepräsentiert. Durch ihre Charakteristik eignen sie sich eigentlich für alle Arten von Musik, von Klassik über Dubstep bis hin zu Podcasts. Das Design der Surface Headphones hebt sich von der Masse ab. Sie sind grau in grau und die einzigen Kopfhörer in unserem Line-Up, die sich nicht falten lassen. Dafür haben sie ein außergewöhnliches Bedienkonzept. Zwar finden wir auch hier einige Knöpfe auf der rechten Seite, aber da gibt es ja noch die Touchpads an den Ohrmuscheln, umrandet von einem kaum auffälligen Drehrad. Per Tippgesten steuert man so die Musik und weitere Funktionen. Die drehbaren Ringe sind dabei für die Steuerung der Musik-Lautstärke und das Noise-Canceling verantwortlich. Sie haben eine gute, aber nicht sehr gute Geräuschunterdrückung. Hier ist die Funktion von Bose stärker ausgeprägt. Smarter werden sie durch eine automatische Play- und Pause-Funktion, immer dann, wenn man die Kopfhörer ab- oder wieder aufsetzt. Die Akkulaufzeit beträgt leider unterdurchschnittliche 13 Stunden und sie sind weder AppX-zertifiziert, noch unterstützen sie NFC. Wie man bei der Kurve des Messversuchs gut erkennen kann, sieht ein schöner abfallender Frequenzverlauf anders aus. Die tiefen Töne werden im Vergleich zu anderen Kopfhörern weniger kräftig und druckvoll wiedergegeben. Die oberen Mitten klingen etwas dumpf und in den Höhlen sind einige Spitzen erkennbar, welche leider zu einer sehr scharfen Wahrnehmung von bestimmten Tönen führen kann. Somit eignen sich also die Surface-Headphones vor allem für basslastige Lieder und nicht für Songs mit viel Gesang. Unser letzter Kandidat ist mit rund 400 Euro auch der teuerste. Das Aussehen der Momentum Wireless 3 hebt sich ebenfalls von der Masse ab und wieder sind die Farben Schwarz und Silber vordergründig. Das markanteste Element ist wohl der Verstellmechanismus aus perlgestrahltem Edelstahl, der mich in meinem Review schon einige Nerven gekostet hat. Die Momentum Wireless sitzen gut und sind wieder faltbar. Dieses Feature hat man gleich für eine automatische An- und Ausschaltfunktion genutzt. Das Bedienkonzept besteht wieder aus Knöpfen an der rechten Ohrmischel und genau wie bei den Surface-Headphones gibt es auch hier eine automatische Play- und Pause-Funktion, immer dann, wenn man die Kopfhörer ab- oder wieder aufsetzt. Die Kopfhörer unterstützen alle gängigen Codecs wie AptX, AAC und SBC, sind NFC-fähig und haben eine Akkulaufzeit von rund 15 Stunden. Keiner der hier vorgestellten Kopfhörer kommt an den Sound der Momentum Wireless 3 ran. In den Messkurven ist ein gleichmäßiger Verlauf nahe einer idealen Charakteristik zu sehen. Die tiefen Frequenzen fallen sanft zum Mitteltonbereich ab und der läuft anschließend flach weiter. Und genau so soll es sein. Lediglich die Höhen fallen etwas stark ab, was aber im Blindtest den wenigsten Hörern auffallen dürfte. Die Kopfhörer sind also gut geeignet für eine Vielzahl von Musikrichtungen. Abschließend seht ihr nochmal alle Kurven im Vergleich miteinander. Einfach damit ihr noch ein Gefühl dafür bekommt, welcher Kopfhörer jetzt wie abgeschnitten hat im Vergleich zu den anderen. Ich will noch dazu sagen, dass diese Messwerte jetzt natürlich auf dem Papier schön aussehen und ein objektives Ergebnis liefern. Die subjektive Wahrnehmung kann aber von Hörer zu Hörer variieren. Man hat ja auch immer ein persönliches Empfinden, was sich gerade gut anhört. Deshalb verlasst euch nicht auf solche Messkurven. Ihr kommt nicht drum herum, die Kopfhörer auch wirklich mal klanglich auszuprobieren. Puh, das waren ganz schön viele Graphen. Ich hoffe, ihr habt jetzt so einen kleinen Überblick bekommen, was die einzelnen Kopfhörer so ausmacht, wo ihre Stärken und Schwächen liegen. Und ich möchte in diesem Video gar nicht so sehr einen Gewinner küren, welcher Kopfhörer so das beste Gesamtpaket quasi bietet. Weil jeder hat eine bestimmte Vorstellung davon, wie viel er für Kopfhörer ausgeben möchte. Und jetzt habt ihr mal so einen Überblick bekommen, was die jeweiligen Kopfhörer in ihrem Preissegment eben drauf haben. Also hoffe ich, dass ihr das ein oder andere mitnehmen konntet und gelernt habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, passt auf euch auf und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.